Einen wunderschönen guten Morgen am Samstag. Samstagmorgen. Ich grüße euch, willkommen zurück auf der Bergisch Land und weiter geht's mit zur Zerne abfahren. Ja, immer noch schon wieder was weiß ich. Ich muss nicht mal überlegen, dass ich das mache. Weil solche Sachen hätte ich gerne komplett mit Autotripes zu der CP abgefahren. Das müsste doch gehen. Das müsste doch einfach funktionieren. Ich weiß es, probiere ich wieder aus und Blödsinn und Käse. Problem ist, ich weiß hier nirgendwo. Portierende Bienenentladung, Feldausfahrt, was weiß ich was. Ja. Ah. Ich weiß hier nirgendwo, wo ich den Drescher auswählen kann. Ich würde ja schon gerne den Drescher auswählen. Aber ich weiß hier nicht, wo ich den Drescher auswählen würde. Hier kann ich auch nicht. Auf Ruf. Dann schreibt er hier oben immer auf Ruf warten. Ja, der steht ja hier. Der ruft ja die ganze Zeit. Der ist ganz laut. Hier kann man auch nicht großartig was einstellen. Denk ich mal. Auf Ruf warten. Rückwärts fahren. Drescher abfahren. Ja, alles gut. Hier sind die Einstellungen. Da weiß ich auch nicht was los ist. Ich hab keine Ahnung Leute. Kann man da jemandem helfen? Ich weiß es echt nicht. Ist alles aktiviert, sehe ich bei Fahrzeugen. Abstand wohl 75. Da ist ja noch lange nicht. Abfahrerausfeld begrenzen muss ich nicht. Das mache ich jetzt nur an. Kein kurzes Ende. Be- und Entladung. Kein anderes. Das heißt, Feldausfahrstandard. Hinternstart. Nichts gelegen. Fahrplanung begrenzt. Nein. Am Ende parken. Nein. Das sind so andere Einstellungen. Also wie gesagt. Das ist alles. Das ist alles ganz komisch. Ich verstehe nicht. Dieser Modus heißt Drescher abfahren. Da hat es gesagt, kriegt von dem Feld. So Silo. Und er fährt einfach nicht zum Drescher. Ich kapiere es einfach nicht. Fuchtumfahrung. Ja. Wäre jetzt aktiviert. Hier haben wir Fahrplanung begrenzt. Kürzlich auch nichts. Hier haben wir Feldausfahrt. Auf Ruhr- und Feldausfahrt. Das war das rotierende B- und Entladung. Achso, das ist das. Okay. Ja. Sonst haben wir hier nichts. Und dann hier ganz viele Modus wechseln. Ich weiß nicht echt nicht, warum er es nicht macht. Ich weiß es nicht. Ja, jetzt ist meine Strohkackbüner voll. Eieiei. Knalle. Wie gesagt, das ist Samstagmorgen für euch. Für mich ist es Freitagmorgen. Das heißt, falls mir jetzt jemand einen Tipp gibt für diese Folge hier. Kann ich den Tipp ja sehr wahrscheinlich erst am Sonntagmorgen oder Sonntagnachmittag anwenden. So, was ist jetzt los? Hier kommt das meiste. Manchmal stärkert sowas, ne? Weil, ähm, mit CP geht's nicht, weil das irgendwie an Körsblech was gegen mein Hofsilo. Mal Körsblech fährt überall hin. Nur von beiden Seiten vom Hofsilo sagt er, er steht, der Verkehr fest. Und das ist sehr schade. Und das ist sehr schade. Oh, ach so. Ah, okay. Jetzt geht er in die Feld rein. Ein Fehler. Ja, vielleicht sollten wir doch mal sich Gedanken machen um ein anderes Hofsilo. So. Ähm. Das richten der Kalben einfach aus dem Grunde, dass hier mein CP-Fahrer das Hofsilo akzeptiert und das ist dann auch ein bisschen bläht. Weil er bleibt nirgendwo hängen oder nirgendwo sagt er, ich stecke im Verkehr fest. Nur von der Südseite, von der Nordseite vor dem Hofsilo. Und das, äh, SIS-A, SIS-A, A, very laughing. So. Es ist gut möglich, dass ich jetzt nach dieser Aufnahme hier, und wie gesagt, die Folge ist für euch Samstag vor Mittag, äh, Samstag vor Mittag. Dass ich nach dieser Folge jetzt öfter hingehe, ähm, und fahr mein Hofsilo leer. Also fahr das Zeug dahin, wo es gebraucht wird. Wo der, äh, Lager ist irgendwo zwischen, keine Ahnung. Oder ich notieren die Füllstände. Ui, langsam. Notieren wir die Füllstände, und, ähm, machen wir das natürlich nachher mit E-Development-Gedönsel wieder ins Lager rein als B-Stand. Das kann ich auch machen. Es geht vor allem schneller. Oh. Weil dann funktioniert auch der Strohabfahrt, dann funktioniert Abtraken von egal wo. Wenn's dann tatsächlich an Hofzile liegen, oder so tööööööööööööööööööööön. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Oh, ja. Abends ist das schon ziemlich entspannend hier, ne? Den Stress mache ich mir meistens selbst. Das muss eigentlich gar nicht sein. Wenn man es nicht fertig geht, macht man es halt am nächsten Mal fertig. Das ist doch nicht. Hey, chill mal, Alter. So, da mir aber jetzt diese Anzeige ein bisschen auf den Nerven durchgeht, werden wir gerade mal schnell unseren Kollegen Varioe entladen und dann dementsprechend wieder ansetzen. Ja, guck mal, der Sammel Stroh, wie ein Bekloppte. Der fehlt jetzt bestimmt alles in die Pelletpresse und dann verkauft er es mit dem überhöhten Preis als Heißkraftwerk. Ja, genau so, Marius. Hey, Leute, ganz ehrlich, oder? Ich kann von mir behaupten, Nummer 1, ich wusste nicht, dass es euch das stört. Nummer 2, ich habe auch keine Ahnung, was man so normalerweise für Kohle, vor allem für Holzpellets kriegt, am Heißkraftwerk, keine Ahnung. In dem Spiel ist es halt eben so. Und, genau. Übrigens habe ich jetzt mal den Schwierigkeitsgrad von normal auf schwer geschoben, ne? Dann versucht es ja enger den Leuten zu entsprechen. Wenn ich dann demnächst Konkurs anmelden muss. Weil die Hilfen vom Staat, die lassen auf sich warten. Ah, ne Quatsch, das war ja echt gelesen. Ja, dann fängt der jetzt an, als wir das einmal noch anvogeln wenden und dann müssen wir die Feldbeine aufmachen. So, wie muss ich aber auf die Außenkamera scharren gehen? Ein wenig ist es mal definitiv nicht. Es gibt schon, sagen wir, jetzt haben wir über 100.000 Liter. Ja, es reicht einen Moment. Ja, die schmeckt auch. Also spät ist, nach dieser Aufnahme, nach der Aufnahme werde ich mal meine Füllstände im Hoffilo notieren und dann dementsprechend ein anderes platzieren, was einfach nur ein normales Filo hat. Aber es soll schon alles sein, dass wirklich alles aufnimmt. Und das war halt auch mit der Grund, warum ich das genommen habe, dieses MF-Sheet-Dings da. Weil da kannst du alles reichen machen. So, gut, weil wir den Zuseherinnen und Zuseher, dann bedanke ich mich ganz herzlich wieder für eure Geduld, für euer Interesse. Wenn ihr euch Fragen haben solltet, teilen, liken, abonnieren, kommentieren. Und dann sehen wir uns heute Nachmittag mit sehr wahrscheinlich einem anderen Hofstuhl. und dann sehen wir uns heute Nachmittag. Tschüssi.